Wie erfolgreich ist Ihrer Meinung nach der Strategiewechsel der Ukraine, Abnutzung der russischen Artillerie und Personal? Ich bin besorgt. Es gibt gerade einen längeren Beitrag von Leuten, die in der Ukraine waren, die Fachleute sind, unter anderem wie der Koffmann, Michael Koffmann und der Konrad Misuika oder irgendwie sowas, dieser Pole. Es gibt mehrere, die untereinander vernetzt sind und mehrfach schon in der Ukraine waren und auch dort hat man wieder nicht allzu viel Positives. Und gerade hat Tartarigami, das ist das Pseudonym eines ukrainischen Offiziers, der sehr kritisch auch mit den eigenen Positionen umgeht, der hat zum Beispiel gerade vor drei, vier Tagen geschrieben, die ukrainischen Streitkräfte seien heute sowjetischer, als sie es vorher waren. Das ist in sich völlig schlüssig und ist ein verheerendes Resultat. Denn erstmal kommen wir zum Verheerend. Warum ist das schlimm? Weil das sowjetische System wie Salushny hat die weise Aussage getätigt, ich kann nicht mit einer kleinen sowjetischen Armee eine große sowjetische Armee schlagen. Ich muss eine andere Armee haben. Deswegen versucht er, das sowjetische so weit wie möglich rauszutreiben aus den ukrainischen Streitkräften. Das war Salushnys Aussage. Und warum ist es aber logisch, dass sie heute sowjetischer sind? Weil die Ukraine schwere Verluste erleidet? Darunter auch Offiziere, die modern sind, modern ausgebildet, die moderne Doktrin verinnerlicht haben. Genauso natürlich auch Unteroffiziere. Gleichzeitig sie sich aber quantitativ massiv vergrößert hat und die einzige Möglichkeit, halbwegs qualitativ standzuhalten im Führungspersonal ist, Leute aus dem Ruhestand zu holen. Das heißt, der Hauptmann, der mit 35, mit 40 aus der Armee ausgeschieden ist, mit 30, was auch immer und seit 25 Jahren nicht mehr gedient hat, der wird jetzt einberufen, um als, was weiß ich, 55-Jähriger eine Kompanie zu befehligen. Nur der hat nichts mitbekommen von den Reformen weg von der sowjetischen Armee. Der ist immer noch besser als jemanden ohne jede Ausbildung zum Hauptmann zu erklären. Das muss auch klar gesagt werden. Aber es ist ein Riesenproblem für diese Leute, für die ukrainischen Streitkräfte. Und das sagt Tatarigami. Wie gesagt, ich kenne seinen richtigen Namen nicht. Aber der ist ein, der wird zumindest von allen aus authentisch angenommen. Es ist sehr kenntnisreich und so weiter. Ein hochinteressanter Account auch zu folgen. Und der hat klar und deutlich gesagt, wir sind heute eine sowjetische Armee als noch vor einem Jahr. Und das ist ein schlechtes Zeichen. Also ich mache mir eindeutig Sorgen, was die ukrainischen Erfolge angeht. Der Strategiewechsel ist eindeutig notwendig gewesen. Wie weit er erfolgreich sein wird, werden wir schlecht sehen müssen. Ich kann jetzt erklären, die Russen werden in sich kollabieren. Wir alle kennen diese Aussagen. In den ersten fünf Tagen nach Beginn der Gegenoffensive werden die Russen rennen. Das kann ich Ihnen jetzt erklären, wenn die Ukrainer fertig sind und wieder zur Offensive übergehen, werden die Russen rennen. Aber ich glaube es nicht so recht. Wir haben ein paar gute Zeichen für die Ukraine. Das hatten wir hier. Wo war es? Hier. Dieser Riba-Beitrag, dass die Erschöpfung der Soldaten massiv vorangetrieben wird. Das ist ein großartiges Zeichen für die Ukraine. Denn das kann nur bedeuten, die Russen haben nicht nur die Kampfkraft der Russen sinkt, sondern sie haben auch keine verfügbaren Reserven. Immer mit der Einschränkung. Das heißt nicht, dass sie keine Reserven haben. Aber es heißt, sie haben keine, die sie dafür mehr verwenden können. Hier werden schon noch irgendwo mobile Einheiten sein mit modernen Panzern, die im Falle eines ukrainischen Durchbruchs zum Einsatz kommen. Aber die Frontsoldaten, dafür ist keiner mehr da, um die durchzurotieren. Und das ist katastrophal für die Russen. Aber wir haben auch das hier. Neuproduktion von Kampfpanzern. Das heißt, der Krieg ist alles andere als gewonnen. Und er ist alles andere als entschieden. Und ob die ukrainische Umstellung in ihrer Methodik erfolgreich sein wird, werden wir erst sehen. Wie gesagt, ich will mich nicht dauernd wiederholen und ich will nicht dauernd Seitenhiebe gegen andere Kommentatoren machen. Aber sie alle haben wahrscheinlich von Leuten gehört, die gesagt haben, wenn die Gegenoffensive beginnt, ist das Ganze eine gelaufene Sache. Ich habe immer monatelang gesagt, die Russen haben auch eine Stimme. They also have a vote. Die dürfen auch mit abstimmen. Der Gegner spricht mit. Warten wir es ab. Wir haben so oft schon gehört, die Russen tun dies, die Russen tun das und die Russen 100.000 Russen erfrieren und was ist daraus geworden? Es kann sein, dass die Ukraine in drei, vier Wochen losschlägt und dann die Russen richtig aufrollt. Ich halte es für möglich, aber ich halte es definitiv nicht für gewiss. Ich hoffe, das Video war interessant für Sie. In diesem Fall möchte ich Sie herzlich dazu einladen, nicht nur diesen Kanal hier zu abonnieren, sondern auch meine anderen Präsenzen. Im Besonderen natürlich den Hauptkanal Militär und Geschichte mit Thorsten Heinrich. Die Links dazu finden Sie in der Beschreibung. Bis bald und auf Wiedersehen.